So, da sind wir wieder. W.A.S.D. Mittendrin statt nur dabei. Wo sind wir eigentlich rausgekommen? So, W.A.S.D. Laufen. Achso. Die hängt ja immer noch da. Bist du auf neues Spiel gegangen oder bist du auf viel fortsetzen gegangen? Eigentlich bin ich auf fortsetzen gegangen. Weil es ist ja gern zum Anfang. Äh, warte mal eben. Oh, oh. Ist nix. Zurück. Ne, warte mal. Ausweg. Ausweg? Letzter Ausweg. So, fortsetzen. Ich hoffe. Vielleicht hab ich auch vertan. Ich hoffe, du hast dich vertan. Ne, du hast dich nicht vertan. Oh nein! Ja, aber das kann ja nicht sein. Aber es war auch gerade beides noch markiert. Ne, ne? Allspiel und fortsetzen. Ja, ja. Also fortsetzen muss doch schon was passieren. Das kann doch nicht sein, ey. Ne, das kann ja nicht sein. Ne. Nochmal Ausweg, wa? Oder haben wir vergessen zu speichern, hätten speichern müssen. Ja, ich hab nix gefunden, wo man sprechen konnte hat. Das spiel doch auch überhaupt nicht. Ne. Vor allem dann steht doch auch nicht fortsetzen da. Das ist doch was ganz komisches. Einstellung hast du. Na gut. Ne, das... Ne, das... Ne, das ist... Das hat wohl nicht gespeichert. Yay! Ja, nein. Ja, nein. Fortsetzen gehst und nicht bestätigen. Aber einfach so mal rüber klickst, dann ist trotzdem noch beides markiert. Äh, ich kann... Ich kann ja nicht. Ach, du kannst gar nicht auf fortsetzen? Doch, ich kann schon, aber ich... Ähm... Das ist ja nicht... Moment. Also, wie ich das machen kann, ist aber Pet. Mal Tastatur. Ja, genau. Oder... Ja, jetzt! Ja, trotzdem. Das wird nix... Das wird nicht... Anders sein. Denk ich mal. Dann treten wir da... Dann treten wir da jetzt einfach mal kräftig hin. Ne. Das kann doch nicht sein. Say hello to your friend. Äh... Scheiße. Ne, gut. Wir hatten letztes Mal ja noch nicht so viel gemacht. Ja, ich weiß aber schon nicht mehr so viel. Ja, das ist ja umso besser. Dann... Machen wir das einfach noch mal. Aber wir müssen dann natürlich gucken, wie wir... Wie wir abspeichern. Würde ich auch am besten direkt mal ausprobieren, bevor wir jetzt da schon wieder... Ja, im Moment kann ich ja nichts machen. Ich kann ja nur auf Escape drücken. Wir sind am Anfang, der lässt mich jetzt garantiert nicht speichern. Egal was. Ach so. Es ist ja noch nichts passiert. Was soll das speichern? Aber das gibt's doch gar nicht. Aber da gehen wir jetzt ohne großartig Dingen einfach durch. Bis zur Stelle, wo wir waren. Ja, natürlich. Hab ich ja vor. Ja gut. Dann machen wir das schnell. Dann müssen wir auch das Zeug nicht mehr lesen. Ne, aber die Notizen müssen wir natürlich schon haben. Der nehmen muss man aber, glaube ich, schon. Der nehmen schon, ja. Da ist nix mehr drin, okay. So, sonst war hier ja nix mehr außer ne Kerze. Du musst den Stein eindrücken. Der Stein. Wo war der Stein denn? Da, rechts. Da, rechts. Jetzt musst du auch reingehen. Ja, ja, und wo uns auch. Rechts, genau. Das waren die Dinger, wo wir erstmal wieder... Ich hab... Alle grünen und drei war rot. Ja, zwei oder drei. Ich mein, zwei war rot. Echt? Ja, gut, okay. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich meine, zwei war... Äh... Ne, drei war. Ja. Gut. Also, die können wir nicht nehmen. Ach, aber uns fehlt der Rucksack noch. Ja. Ach ja, stimmt. Genau. Wobei, ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Ich komm da nicht drüber, ich versteh das nicht. Dass das nicht gespeichert hat. Okay, nix drin. Ja, versteh ich auch nicht. Ich mein, kann ja sein, dass es nur an bestimmten Punkten speichert, aber die sollten hier schon ein bisschen nicht so rar gesät sein, dass man erst vier Stunden spielen muss, damit der speichert. Naja. Don't be afraid heißt das Ding, ne? Ja, ich wollte auch kurz gucken, aber jetzt... Speicherung. Don't be afraid. Oh, Kritik, ne. Man, you have to find the game. Was war denn das? Ähm. Ach so, okay. Ähm. Mann, ich bin nicht raus. Was wird der Film? Hallo? So, und zwar hier ist auch nix drin, oder? Also überall, das ist natürlich jetzt etwas beunruhigend, weil überall steht Speicherung durchgestrich. Aber man muss das doch nicht komplett durchspielen. Was ist das denn? Ähm. Ne, komplett in einem Stück durchspielen wird ja wohl nicht verlangt sein. Hoffe ich. Ja, das ist überall, ist das nur durch... Ich hab jetzt Speicherung, Spiel, Don't be afraid eingetippt. Ja. Ja. Und ich finde überall, don't be afraid, aber Speicherung ist überall durchgestrichen. Ich hab das auch nicht zu verstanden. Das kann ich mir irgendwie nicht so durchgestrichen. Ich hab das nicht so durchgestrichen. Dass man hier nicht speichern kann. Nee. So, was war denn da noch? Wir mussten irgendwo das Wasser abstellen. Wo war denn das? Ähm. Irgendwo so'n... Ja, so'n, so'n, ähm, so'ne Kurbel, so'n... Ja. Dings. Abo, abo, abo. Wir brachten hierfür noch einen Schlüssel. Ja. Ach nee. Ja, dann können wir hier wohl das Wasser abstellen. Ah, genau, da ist das Wasser. Ach so, Speicherung durchgestrichen ist ja, dass der Suchen muss. Ob das nicht angegeben ist bei dir. Ja, ja, klar, aber, äh... Ja, nee, das kann's dann noch nicht sein. Kann's ja auch safe... Safe-Game oder eben sowas mal... Ich guck mal grad. So, Wasser ist abgeschüttet, dann können wir jetzt da durch. Ne, falsche Richtung. Ja, ih, geht weg. Ach, da kannst du bestimmt schon bei diesem... Welcher war das? Ach, in dem Raum. Ja, da waren die, ne? Nicht in dem Floh, sondern in dem Raum, die... Die drei, wo du die Arme hochmachen musstest. Ja. Ah, der macht den... Noch nicht. Da. Du kannst via Steam Cloud eigentlich speichern. Ja, Bob. Ich muss doch irgendwie, irgendein Befehl muss es noch da geben, muss doch eine Taste drücken, oder irgendwas, oder... Das geht hier nicht. Ohja. Ach so, wir haben ja immer noch den Rucksack nicht. Aber da ist auch was drin, was man mitnehmen kann. Ja. Das hatten wir letztes Mal auch gar nicht gesehen. Ne. So, ähm... Ah, okay, so. Andere Richtung. Da hab ich was. Ach ja, hier. Jetzt pass auf, dass er hinter ihm hergibt. Ja, genau. Okay. Oha. Und... Hast du was gefunden, Lexi? Ja, ja, ich muss es nur finden. Ja, ja, einen Schlüssel an der jetzt. Ja. Genau. Okay. Das Game saved bei bestimmten Checkpoints. Okay, dann hatten wir letztes Mal noch keinen erreicht. Super. Ja. Fragen aber viele. Ja, weil, guck mal, wir haben anderthalb Stunden, also sagen wir mal, etwas über eine Stunde gespielt, ne? Ne, 40 Minuten etwa. Ja, genau. Trotzdem, trotzdem ist das natürlich... Ja. Das ist lang, oder? Also 40 Minuten, finde ich, da hätte schon ein Checkpoint sein müssen. Wie stand das letzte Song da? Ich... Aber... Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, sche... Oh, okay. Egal. Ich... 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 Ich fand das bestimmt. Neh mich dann mal doch an, so. Ich bin schon super. Ich bin schon super. thing... Ich bin schon super. Ach, das ist echt so. Ich bin schon super. Das ist so gut. Das ist doch, was ich jetzt eigentlich gerade herauskomme. Genau, jetzt die Kassetten, also die Kassette und, äh, was war denn das, eigentlich eine Vase, oder was war das? Ja, ja, irgendwie. So, mit der zwei. Das weiß ich jetzt nicht mehr, weiter. Da war noch nichts. Achso, da, Moment. Ja, alles gut. So, was, nee, hier hat doch genau das hier. Was stand denn da oben an der Tür? Kunstblut. Ah. Was stand an der Tür? Ich weiß nicht, was an der Tür stand. Ja, rechts, äh, links, links die Tür. Ja, ich guck grad, weil hier waren wir noch nicht dritten, oder? Nee. Nee, da haben wir ja auch aufgehört, letztes Mal, da würde ich jetzt halt noch nicht reingehen. Na gut. Ja, wenn wir schon da sind. Ja, kannst du halt schlecht schnucken. Boah, kann man ab hier was machen. Warte mal, zwei, drei? Also eins hast du denn das runtergedrückt, das haben wir gemacht, und hinter der Tür standen wir noch Hinweise. Nee, von der Tür an, das ist vorne die Tür immer noch. Achso. Ja. Die haben wir aber schneller aufgekriegt. Ja, ja. Ja, jetzt guck mal noch, was über der Tür da stand. Da. Nee, links. Da. Schneide mich. Schneide mich. Schneide mich. Schneide mich. Ach, es ist gar keine Tür, okay. Aber du hast die Kassette noch nicht geholt, ne? Nee, nee. Dann müssen wir das halt jetzt so online stellen. Ja, ist doch egal. Wir haben gerade mal 13 Minuten gespielt, hier ist ja auch wurscht. Das können die Leute auch gerne nochmal miterleben. Wo wir das hier so gut machen, jetzt gerade. Oh, ein Fisch. Und auch, ja genau, der Geheimtipp, wie speichert das Spiel? Ja, genau. Ja, das wissen wir, wir müssen es mal gucken, ne? Oh, da musst du Fisch da hinlegen, oder? Nein, kannst du ja nicht mehr so machen. Da, da, ach, du musst ihn mir in die Hand legen. Aber... Ja, das müssen wir dann erstmal sehen. Von denen wahrscheinlich niemanden. Jetzt gehen wir auch mal die Kassette holen, sonst... Ja, ich muss das mal. Mich zurecht hin. Ah, da, die Kassette, den kann ich mal hören. Oh, ja. Ich habe ein gewissen Typ, ein bisschen, da tut eine Pfanne nass. Kann ich die Zeit nutzen, um mir mal Licht anzumachen? Warte, habe ich auch gerade gedacht. Also nicht, dass du Licht anmachen musst, aber... Das ist alles. 相信 die slides mile kopiert und siehend. Und dann gehen wir mal wieder an unserebrechen. Ja... Gib mal her. Musst, glaub ich, nehr rangehen. Äh, müssen wir was hören. Ich gucke die Rolle. Hm? Oh, 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 oh! What do we have here? Aren't you a little too old for me? Fuck you! Hm, I wonder if you'd be so lippy, when I remove your top. Theodore, just take him. I don't have the strength to destroy him, such a beautiful face. Yeah. And then, um, Huxer-Klack schon. Just kidding! You're in a line, just behind Jamie! Ist klar. Ja. Wenn sonst alles gut ist, ne? Dann ist ja gut. Wo war denn das nochmal? Hier sieht so nach Fisch aus. Du könntest einen Fisch vertragen. Muss ich den, kann ich den ausnehmen? Muss den bestimmt aus dem Equipment rausnehmen. Ah, hier nicht, okay. Ah, hier nicht. Spiegel. Unds Blut. Wir haben durch Rekorder. Andere. Goldfisch. Goldfisch. Ich muss ihn an seinem Platz ablegen. Ja, ich würde ja gern. Ja, wahrscheinlich ist es der falsche Platz. Ja. Das sieht genau so aus, ne? Wie das auf dem Bild. Hast du dem grad auf dem Hintern geguckt? Nein. Ich hab's genau gesehen. Was du? Ja, natürlich. Hast du das ja genau gesehen. Ich hab den Hintern gar nicht gesehen. Ne, ich bin nur deinem Punkt da gefolgt. Wo war denn jetzt diese verdammte Kassette? In dem Raum, wo sie hing. Ja. Ne, war die nicht hier. Ach doch da, okay. Hast recht. So, mussten wir die auch noch anhören? Ja, machen wir. Der Vollständigkeit halber, tun wir das. Ja. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Bando? Ähm. Bando ist im Ketter. Shit! Ich hoffe, dass dieses Stück von Schraub funktioniert. Es ist Andy. Der Psycho-Ger, Franklin, mich hier. Er gibt mir Essen und hat mir einen Ort zu schlafen, aber es ist pure Wahnsinn. Er kann leider nicht laufen. Wahrscheinlich ein kleiner Kind. Du... Wenn du das hörst, großartig. Du hast die Klüge, die ich für dich verlassen habe. Von jetzt an, ich gucke dich. Franklin ist alle Bewegungen, die wir machen. Das ist, warum ich in die Tape schraubte, in die Plätze, die die Kameras nicht aufhören. Alle Nacht, ich warte, bis die Schritte aufhören, und dann durch die Fenster rauskommen. Ich muss einen Weg finden, aber dieses Haus ist eine verdammte Maze. So fucked up. Ja, wo er raus ist, das haben wir ja schon gesehen, dieses Fenster. Aber... War das ein Lüftungsschlitz oder war das ein Fenster? Das ist ja auch noch die Frage, wo wir nicht draufkamen, wo diese Fingerabdrücke waren, oben an der Wand am Fenster. Ähm... Ja, da kam man nicht drauf, ja. Das... Weiß ich nicht, ob das... Ah, das Bildrahmen. Bilderrahmen muss noch holen. Richtig. Ach ja. So, und quasi jetzt starten wir eigentlich mit... Mit... Keine Ahnung, was zu tun ist. Typisch. Ah! Ja. Ja. Das war mal aber schnell. Ja. Ja. Wir waren einfach zu lang, oder? Ja, das wusste ja auch nicht, was wir machen wollten. Ja. Wenn man es weiß, kann man schneller sein. Was ist jetzt passiert? Warum? Das ist jetzt die Frage. Das hat Fischi gemacht. Man hat zwar was gehört, aber man hat was gesehen. Das heißt, das passierte wohl in einem anderen Raum. Ja, vielleicht hat der, der den... den Zweierhebel in deiner Hand hatte, jetzt den Hebel losgelassen, oder? Ja, das kann sein. Ja, das kann sein. Das kann sein, ja. Okay, probieren wir mal dahin zu gehen. Uah! Oh mein Gott! Ich hab grad noch gedacht, ich... Was meinst du, wer die plötzlich nach uns schmeckt? Hat die jetzt das mit dem Messer nach uns geboren? Ja, das Messer... Wahrscheinlich. Ah, sie liegt auf dem Boden. Vor ihr. Also, sie hat es wahrscheinlich fallen lassen. Ja. Oh, jetzt erschrocken. Ja, ich ehe es erst mal. Ja. Ich hab echt grad... No, in dem Moment hab ich gedacht... Was meinst du denn, die wird sich dann irgendwie ins Theater, wo das Messer nach uns wirft? Und in dem Moment kommt da dieses Geräusch, ey. Gott. Der hat auch... Ach, ne. Hier standen da eben noch mehr Puppen. Ja. Die flüstern. Ja. Wer flüstert, lügt. Hahaha, genau. Hast du ja auch immer gesagt. Hahahaha. Ich glaube hier... Nee, da war glaube ich... So nix mehr... Nee. Achtung! Jaaaaaa... So, der ist er weg. Oh je. Vor allem bin ich jetzt... Jetzt ist alles neu. Jetzt bin ich nicht mehr vorbereitet. Hahahaha. Oh du! So. Kannst du direkt... Ah ja, genau. Marionetten helfen mir dabei, mich zu erholen. Das sind Menschen, die nicht sprechen. Dafür aber interessante Geschichten erzählen, wenn man sie entsprechend aufstellt. Du weißt doch, dass ich nicht gut mit sozialen Kontakten umgehe. Deswegen bitte ich dich, hau ab! Und erlaube mir, mich normal zu fühlen. Ja, das Scherz kriegt der uns doch dahin verschleppt, oder nicht? Ja. Und dann sagt er, hau ab! Hä? Tschüssi! Wo kommst du denn plötzlich her? Wir sind uns umarmen, oder was? Oh, jetzt... Oh, was willst du von uns? Dürfen wir da jetzt mal her? Und er rennt natürlich rein, ne? Ich hab gedacht, vielleicht muss ich da rein? Kommst du denn dran vorbei? Wo ich den vorne? Na, das ist bloß genug. Gott, ey! Kann doch nicht einfach hinter uns stehen. Kann doch nicht. Wo fehlt uns denn noch ein Schlüssel? Ähm... Das war eigentlich gar nicht noch. Da ist ja kein Schlüssel mehr, glaube ich. Aber... War hier noch jemand? In der Zelle waren wir schon drin, ne? Ja. Du meinst dich, ne? Ne. Die vorne. Neben dem Behandlungsstuhl. Ganz am Anfang. Der Behandlungsstuhl. Waren wir da schon in dem Gitter drin? In der Zelle? Ach so! Weiß ich jetzt nicht. Ach! Ich durche. Ah! Äh! Luftrot! Waren hier keine Kerzen drin? Das leuchtet doch so her, oder? Oh Gott, ey! Warum steht er denn nicht so drin? Was ist das? Ja, der stand eigentlich nicht nur mit dem anderen. Die verstellen sich jetzt, stehen nicht. Aber warte, es gab doch diesen Raum mit den Puppen drin. Ich mein, wir haben doch eben so einen Hinweis bekommen. Vielleicht haben wir jetzt da irgendwas zu tun. Ich bin immer noch für die Zelle. Ja, wir gehen ja irgendwie nicht. Was ist denn da oben? War das die Kamera? Das ist ne Kamera, ja. Ach ja, okay. Oh nein! Die haben sich wieder bewegt, die Puppen. Ja, die haben gerade den Weg wahrscheinlich versperrt jetzt. Kannst du dich ducken und drunter her? Das heißt, wir sind richtig. Nee, ich kann mich nicht ducken. Dann sind wir richtig. Ja, wir müssen aber irgendwas tun, um... Da den Durchgang wieder frei zu machen. Nun, wo und wie. Kann man euch mal wieder einen Knopf drücken? Nee, ausgedrückt. Geschnitten haben wir auch schon. Da ist nichts drin. Also müssen wir wieder hier durch. Kommen wir zwar gerade her, aber ich sehe momentan keinen anderen Weg. Ja. Achtung. Aber was... Hier ist doch auch nichts anderes jetzt. In den Zweierdingen war auch nichts mehr, oder wie? Ja. Das soll wohl noch kommen. Das soll wohl noch kommen. Hm. Wieso hat denn der so einen roten Fleck am Daumen? Ach, auch so. Nee, hat nichts zu bedeuten wahrscheinlich. Ich glaube nicht. Guck mal den mit dem Arsch treten. Das liegt mir auch... Oh ne, das ist ein Brett. Achtung. Da müssen wir den Ball da weg holen, dem anderen. Ja, warum hat der da dieses Zeichen... Ja, das heißt Wind wahrscheinlich. Meinst du? So. Jetzt ist er weg. Ja. Jetzt ist er weg, ja. Ja, da steht ja auch links. So steht hier jedes Mal woanders. Jetzt schlüsteln die hier rum. Was denn da hinten? Ah. Da steht er. Jetzt steht er da. Bist du für einer. Nur den Ball klauen? Ja, genau. Ja, da brauchst du gar nicht heulen. Oh nein, jetzt feint er aber. Ja, selber schuld. So, jetzt müssen wir den anderen den Ball in die Hand geben. Weil die nämlich auch so ein Ballzeichen, die den Weg versperren. Links. Ach okay. Ja. Mal gucken. Ja. Schütteln. Das hatten wir da rechts in der Hand, was, das hatten wir das schon? Ja, das war so ein Fischkopf. Ach ja. Ja. Aber die ist da auch schon mal sehr seltsam. Oh, die hat ja eben nur das. Und. Pass auf, der pustet. Ja. Ihr wird nicht gepustet. Noch einer? Ja, also ganz viele Schauber. Ja. Ja, noch einer. Aber ja. Hier sollten wir ein paar Pusten. Da ist eine Kerze. Die Tussi ist auch wieder weg. Ich würde mal, warte mal. Also dahinter. Da ist einer vorne. Ja, ich wollte nur eben gucken, ob hier irgendwas in dem Raum noch, was wir jetzt wegen der Dunkelheit nicht mehr sehen konnten. Ja. Ne, scheint also die macht ja kein Pusten. Ne. Ne. Der auch nicht. Der auch nicht. Der ganz zwischen her. Ja, scheint aber nichts weiter zu sein hier. Ja. Ja.